Hallo, wir gehen jetzt zu die Wasserfälle. Zu Deutschlands höchste Wasserfälle in Trieberg im Schwarzwald. So, jetzt müssen wir hinaufwandern. Oh ja, da gibt es Eichhörnchen auch. Wir sind am Weg, wir gehen hinauf. Ganz langsam, stimmt's Lucy? Für den Daddy. Und auf der Seite, da unten, da sehen wir schon ganz kleine Wasserfälle. Schau. Und die Bäume sind ganz hoch hier. Wow, schön. Schau mal Lucy, da gibt es einen bequemen Aufgang und einen steilen Aufgang. Welchen willst du gehen? Willst du ganz steil hinaufgehen oder ganz bequem hinaufgehen? Steil. Steil, wirklich? Dann müssen wir in die Richtung gehen. Oh, die läuft schon los. Okay, wir probieren es. Ja, wir kommen. Wir haben es geschafft. Ja, wir haben es geschafft. Fass uns. Ja, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Ja, wir haben es geschafft. Ja, wir haben es geschafft. Ja, wir haben es geschafft. Hey Lucy. Lucy. Kannst du das mit lauter Wasserfahrles? Und ganz schön laut, gell? Hörst du mal zu? Da muss man fast schreien miteinander, stimmt's? Ja, zeig es mir die Brücke. Da ist die Brücke. Da ist die Brücke. Wow, cool. Lass uns runter schauen. Gehen wir ganz nach vorne, dort wo das Wasser ist. Da ist Wasser. Ja, Mama. Wow. Warte, 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 warte. Cool. Cool. Danke fürs Zuschauen. Danke fürs Zuschauen. Tschüss. Bye. Tschüss.